Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Knockout City. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Äh, ja und damit herzlich willkommen bei diesem Spiel, meine lieben Zuschauer. Zusammen mit dem Kai, den ihr schon vom Monster Hunter kennt, der mich hier mit Bällen bewirft. Und ich bin zu unfähig, sie aufzufangen. Mal sehen, ob du... Aua. Äh, wir spielen hier heute Knockout City. Ein Spiel, was zur Zeit in der Open Beta ist. Keine Ahnung, wie lange wir hier jetzt spielen. Eigentlich wollten wir Sunny auch dabei haben, aber Sunny hat mal wieder den Sunny abgezogen. Er hat gesagt, er will mitspielen. Ja, und wir hatten eine Zeit ausgemacht. Teils, also zumindest einen Tag. Habe ihn gefragt, wann er endlich mal Zeit hat und... Natürlich kommt keine Antwort von ihm. Vielleicht kommt er ja noch im Verlauf. Äh, wo ist er? Wo ist er? Da! Nein! Also, bevor wir in die Runde starten, kurze Erklärung. Ja, wir spielen hier so gesehen Völkerball. Jeder hat so, glaube ich, zwei Leben. Kai war schon in der Runde drin. Er kann ja ein bisschen mehr erzählen als ich. Auch nicht wirklich, war ein bisschen... War chaotisch, aber es macht Spaß. Ja, wenn es richtig gut uns gefällt, spielen wir das vielleicht auch mit der Vollversion noch ein bisschen. Also ich zumindest. Keine Ahnung, wie die anderen da denken. Boah, jetzt kommt mir her. Ja, nein. Ja, ich habe endlich mal gefangen. Aua. Und schon war es es wieder. Äh, 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 ja. Ja, das war so viel mit der Erklärung. Ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam in ein Spiel starten. Okay, wir haben einen DJ Flabber in unserem Team. Meinst du, der ist gut? Der wird auf jeden Fall mehr kündigen. So, das ist jetzt auch meine erste Runde. Kai hat, wie gesagt, eine Runde schon gespielt. Irgendwas, auf das ich aufpassen muss. Äh, auf der Karte kenne ich auch nur aus dem Tutorial. Am besten einfach gucken, dass, äh... vernünftig ausweist und nach Möglichkeit fangen und zurückschmettern. Wenn du Spaß hast, guckst du dich einfach um, indem du durch die Röhren springst. Oh, äh, ich mag Spaß. So, ich habe den Ball. Kai ist da unten. Ich habe schon mal einen Minuspunkt gemacht für Hans. Äh, da ist einer, da ist einer, ich habe ihn getroffen. Ja, äh, wo ist der Nächste? Komm, komm, komm. Also, ich habe jetzt schon Spaß. Wo ist der hin? Äh, da. Ich habe ihn noch hüpfen sehen. Hallo? Da, nimm den Ball. Komm, den holen wir uns. Ich habe ihn zumindest runter sägen lassen. Ach, kacke. Ja, hab ihn. Nein. 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 Aua. Ich glaube, er hat seinen Kollegen getroffen. Nein, ich bin raus. Also, bei 10 Punkten hat man gewonnen. Ja. Die kriegt man, wenn man jemanden vernichtet, wahrscheinlich, ne? Ja. Ich weiß auch, dass die da oben alle drin sind. Ich habe mich so schön gegen drei von denen geschlagen, aber der letzte hat mir den Ball ins Kreuz gedonnert. Pamm! Einen habe ich umgebracht. Scheiße! Der zweite habe ich umgebracht. Ich bin schon wieder ins Loch gefallen. Kann ich eigentlich auch dich dashen, obwohl wir in seinem Team sind? Ich habe den Ball. Und ich habe ihn voll daneben geworfen. Äh, äh, äh. Zählt das als mein, wenn er ihn fängt, aber trotzdem in die Schlucht fällt da durch? Fragezeichen? Das kann ich dir auch gefragt. Äh, jetzt weiß ich auch, wie es in der Schlucht ist. Ich bin auch da reingefallen. Wie gefällt das Spiel? Ich habe mich einfach mit einem und hergewächter in der Schlacht um einen Ball. Also, mega-Felder-Spiel. Es macht auch einen irrsinnigen Spaß. Ach, dann nimmst du dir erleden. Äh, du kannst ihn auch haben. Hier. Komm, ich versuche die alle zu fangen. Ja, ich habe einen. Äh, ich glaube, diese Curve-Bälle sind auch ein bisschen, äh, schlauer, weil man die ein bisschen weniger vorhersehen kann. Ich fühle mich drei Stück weit. Hilfe! Da wollen zwei meine Haut! Da wollen mich zwei! Oh! Ich wäre fast runtergefallen. Äh, nein! Nein! Da kamen zwei Mälle gleichzeitig! Ja, moin! Ja, moin! Die haben uns, wir haben dann auch eine richtige Kombo hingelegt. Oh, oh, oh! Die haben uns alle drei, äh, nein! Ich führe dich wieder rein! Juhu! Huiiii! In die Würde sind ja geil! Die sind der Schied! Oh, nein! Ich bin gegen die Wand gedonnert. Warum? Einer ist draußen! Aber! Da kommt's wieder! Der gehört mir! Nein, ich hatte doch die Taste gedrückt! Ich bin gegen den Boden hebt mich auf! Also habe ich Völker mal auch noch nie gespielt! Ja, aus der Luft gepflückt! Nein, ich bin daneben gedischt! Nein, ich bin schon wieder daneben gedischt! Nein, ich bin den Stock gelaufen! Denn das ist wirklich schwer zu kontrollieren! Ich glaube, ich kriege hier viele Fades für die Compliance! Warte, Lenk ihn ab! Ich bin da oben! Die machen uns richtig fertig! Ich habe nur Assists! Ich habe den zweiten gefangen! Nein, den wollte ich gerade aufheben! Weil der Football, der ist auf jeden Fall Stärker! Ja, wir haben verloren! Der Football ist ja mehr oder weniger so eine Art Scharfschützengewehr dabei! Ich habe einen mit dem Macht in den Instant Kill, wenn du den durchgeladen bekommst. Cool! hat sogar eliminierung gemacht ich habe ein paar geschafft ich habe was hinbekommen ein bisschen kleidung ich hoffe man behält das alles für die vollversion die habe ich schon getestet also ich habe jeden ball getestet es gibt sobald zum einfangen einen dem man gleich dreimal hintereinander werfen kann einen der explodiert und einen der einen fliegen lässt und auch wenn man ihn wirft den gegner fliegen lässt und natürlich den sniper weil wo ist welchen gibt eigentlich auch hier für eine karte also so ingame nicht dass ich sie gesehen hätte hilfe autos was seit ihr ich bin auf dem weg ich bin direkt hinter dir auto der multiball ist ja richtig geil ja ich habe keinen ball ich nehme den da tue ich nicht das auto jetzt hole ich ihn irgendwie habe ich geschafft mich und das auto zu rollen man fällt echt leicht runter oder ja ich habe den da hinten getroffen obwohl der hier vor scheiß ich habe beim teamkameraden angeschlagen so holen und habe ich ihn gerade dadurch gerettet gern geschehen ich mache chaos und werde überfahren mehrere male warte mal ich will auf ein auto drauf springen ich habe mich auf ein auto gesetzt warte mal ich roll grad drauf rum youtuber könnte ich einmal ernst bleiben so ich komme ich komme pass auf da rennt einer rum ich fahre auf dem auto und wieder hinaus gestaltet ich habe nicht gefangen aber ich glaube ich habe bisher vier kids geholt ich sehe es ja gleich also viel mehr getroffen habe ich auf jeden fall muss man auf so ein auto drauf springen man kann auf dem dachten rum balancieren ich habe geworfen ich habe geworfen aber da war ein auto ich werfe die immer so curve bälle die sind echt schwerer vorauszusehen weil bisher hat die keiner gefangen du musst erst a drücken vor dem wurf weil dann fliegen die im kreis die sind wirklich schwer zu fangen ich habe kein multiball verloren hol ihn komm hol den bogen und hier also diese haben wir auseinander genommen aber richtig okay die war noch nur zu zweit am ende diese sind der einige left so ich habe mal wieder eine runde aus oder ich bin ein multiball so hat mir ein ball geholt ich war noch eine ehrenrunde aber ich lag schon mal auf ob die mich kommen sehen nee die haben auch nur damit gerechnet dass ich vom auto auskomme komm den holen wir uns okay ich habe immer ich habe das loch ich habe den einen einfach aus der luft raus gepflückt wo seid ihr da ist einer ich habe glaube ich mein neues lieblingsspiel gefunden das ist zumindest was online multiplayer angeht warte kann ich auf den banken gegenseitig ausgenutzt hier ich komme du musst dich einfach mal echt so auf ein auto draufsetzen die rechnen aber nicht okay bei mir rechnen sie mit normalen damit weil ich das die ganze zeit mache lassen die einen spaß aber schön dass nicht alle bälle immer auf der maps sind ja mit allen wäre das einfach viel zu übertrieben verdammt verdammt ich wollte den ball ich wollte den ball fangen und dann hat mich ein auto umgefahren und dann wurde ich getroffen jetzt machen wir uns fertig oh da aber ich vergesse die ganze zeit des autos existieren du offenbar auch kai ich komme sehr schön was habe ich versucht zu treffen warte man kann ich unter die durchrollen ja man kann durchrollen aber lasse ich nicht treffen wir haben nur noch zwei jetzt bleibe ich auch auf abstand ich will versuchen den runter zu donnern hab ihn ich habe ihn runter geschlagen du kriegst einen Punkt wenn du die runterprügelt es reicht aus wenn du sie runterprügelt schnell schnell lösch ihn aus lösch ihn aus nein ich bin runtergefallen nein ich wollte ihn runterprügelt aber du kriegst einen punkt wenn du sie tatsächlich runter schlägst also wenn du dafür verantwortlich bist du sie runterfallen kriegst punkt ok sony ist da aber er kann erst bei der nächsten aufnahme dabei sein solange ich bitte stumm schalten wir sagen bescheid die letzte runde entscheidet so kommt kai die holen wir uns moment autos au au verdammt santi du hörst ja zu du wirst gleich mega spaß haben glaub mir ich hatte lange nicht mehr so viel fahren ich hole den ball ich hole den multi ball ich habe ihn auto scheiße okay ich habe ihn ungenietet zwei bälle habe ich noch 2 0 ich habe keine mehr ich habe meine 3 ah da scheiße sind sie dahinter der wand ah da ich habe ihn noch gefangen ja komm den holen wir uns jetzt komm random hol ihn hol ihn ja der gehört mir das war ein schwimmel wir haben alle 3 auf ihn geworfen der kann halt nur einen ablocken Punkt ich danke das Tekken ist aber auch gemein das gemeinste ist dass wir jetzt 2 gegen 3 spielen eigentlich müsste einer von uns aufhören gespielt damit es zumindest fair bleibt ich liebe diese trick shot ich habe ersten starken und dann langsam geworfen das hat auch gut funktioniert so ich bin wieder unterwegs mach du mein auto ich fahr ich fahr sogar durch die brücken durch ich fahr sogar durch die brücken durch ich sehe sie ich habe einen ball geblockt ich würde mal sagen die sind tot ich gehe davon aus dass ich in der runde auf jeden fall den mvp mache ich habe in der ersten runde auch gut punkte gemacht wo sind wo sind wo treiben sie sich wieder rum ist das ein multiball ne das ist nur eins äh ok genau hau nur einfach mal rum und spielen den Speer für uns ja das funktioniert sogar ganz gut so die zeigen sich mir aber auch nicht vielleicht wieder da vorne an der mitte sind sie ich habe sie gerade in der mitte gesehen wo ist der letzte wo ist er kaum raus da ist er ich komme verdammt ich habe versucht ihn ich habe versucht ihnen in der schreit zu hauen komm hier müsste ich nur einmal treffen wir haben noch keine bälle mehr ich komme ich eile zur rettung ich habe keinen ball jetzt habe ich einen ball sehr schön ich bin wirklich gespannt wer der mvp ist oh guck mal die hat noch einen dritten am ende wirklich ich habe von denen kaum was mitbekommen ich bin auch nicht ich weiß dass mir ganze reihe assist mit dem gemacht hat wo sehe ich jetzt wie viel ich getroffen habe ich bin jetzt auf sieben gegangen wo sieht man jetzt wie viel man geschafft hat spieltesten statistiken ich habe elf abschüsse gemacht ich gehe mal ins versteck zurück also bringt uns mit ja leute das war es mit diesem part wir sehen uns beim nächsten da wird dann auch der sunny dabei sein bis dann tschüss wir sehen uns beim nächsten